Hey Leute, ich bin's wieder, euer Christian. Wir haben heute, bevor wir ins Studio gehen und gleich ein paar Aufnahmen machen und Songs schreiben, die Gunst der Stunde quasi noch genutzt, solange die Sonne hier noch da ist. Beim Sonnenuntergang haben wir uns ein schönes Plätzchen hier gesucht. Und ich habe euch ja versprochen, es wird einiges noch passieren auf dem Videokanal. Zum Start habe ich für euch einen Song vorbereitet, der passt ganz gut hier eigentlich zum Umfeld, dann ist es nämlich auch ziemlich still und idyllisch und deswegen von Jupiter Jones still. So still, dass jeder von uns dachte, dass hier ist für immer, für immer und ein Leben. Und es war so still, dass jeder von uns wusste, hierfür gibt's kein Wort, das jemals das Gefühl beschreiben kann. So still, dass alle Uhren schwiegen, ja die Zeit kam zum Erliegen. So still und so verloren ging's zu Wort. So still und so verloren ging's zu Wort. Ich hab so viel gehört und doch kommt niemand bei mir an. Das ist der Grund, warum ich nach nichts schlafen kann. Wenn ich achttausend Lieder vom Vermissen schrei'n. Ist das noch nicht, dass ich versteh', warum dieses Gefühl für immer bleibt. So laut, die Stunden nach dem Auffall, als es galt, das alles zu entlassen und verstehen und unbisswahl. Es war so laut, dass alles, was wir dachten, nichts als Leere zu uns brachte. So laut und so verloren war es hier. Ich hab so viel gehört und doch kommt's niemals bei mir an. Und das ist der Grund, warum ich nach nichts schlafen kann. Wenn ich achttausend Lieder vom Vermissen schrei'n. Ist das noch nicht, dass ich versteh', warum dieses Gefühl für immer bleibt. So still, auch wenn ich dich mit jedem Tag vermiss. Ich hab so viel gehört und doch kommt's niemals bei mir an. Das ist der Grund, warum ich nachts nicht schlafen kann. Wenn ich achttausend Lieder vom Vermissen schrei'n. Ist das noch nicht, dass ich versteh', warum dieses Gefühl für immer bleibt. Ich hab so viel gehört und ich hab so viel gehört und doch kommt's niemals bei mir an. Das ist der Grund, warum ich nachts nicht schlafen kann. Wenn ich achttausend Lieder vom Vermissen schrei'n. Ist das noch nicht, dass ich versteh', warum dieses Gefühl für immer bleibt. Warum dieses Gefühl für immer bleibt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Stille von Jupiter Jones. Und beim nächsten Video spiel' ich natürlich wieder einen Song und den könnt ihr aussuchen. Da könnt ihr nämlich voten. Ich hab drei Songs zur Auswahl mal vorbereitet und die spiel' ich einfach mal an. Wie soll ein Mensch das vertragen? Dich alle Tage zu sehen. Ohne es einmal zu wagen. Das ist nicht. Wie soll ein Mensch das vertragen? Das ist nicht ein Mensch, wenn sie weg sind. Das ist nicht ein Mensch, wenn sie weg sind. Ain't no sunshine when she's gone She's always gone too long Anytime she goes away Ja, ich denke ihr habt die drei Songs erkannt Zum einen Kings of Dien von Kings of Dien, Use Somebody Von Philipp Hauzel, Wie soll ein Mensch Und zum Schluss ein Klassiker Ain't no sunshine von Bill Withers Und ihr könnt aussuchen, welchen Song ich im nächsten Video spiele Dazu einfach in den Kommentaren unter dem Video Euren Lieblingssong hinterlassen und natürlich immer schön liken Ich freue mich auf eure Kommentare und auf die Zeit mit euch Ciao